Again! Egal! Herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Borderlands The Pre-Sequel mit Ebola-Chan! Hallo! Äh... Luthi und Hytrap und Wuhle! Und... Wuhle-Hentai! Danke, dass ihr auf mich gewartet habt! Ja, ihr habt's dreimal gesagt heute! Ja, ich will das verkaufen! Ja! Was und wie lange du zu vergraben brauchst und deine 3D-G-Stelle mitmachen? Äh... Wieso bin ich allein? Äh... Äh... Wieso bin ich allein? Bist du nicht? Aber ist okay! Verlauf zum Ebola-An! Ich bin nur gut im Boden! In den Loom-Star ein halb Jahrhundert brauchen zum Verkaufen, kann ich nichts dafür! Schlecht sein, schlecht! Ich frage, warum kriegt er keinen Schaden? Bist auf die Beine! Wohle auf, das fliegende Ding! Hentum-Pooster-Tür! Ach, Gott! Ach, N avoid hat kein Recht viel! Ein Erstes geht gar nicht um nicht... Der Reden muss schnell wechseln! Jawoll! Der Reden muss schnell wechseln! Jawoll! Wieso stirbst du schon wieder? Ich verbiete dir zu sterben! Was hat eigentlich der Jack jetzt gerade gesagt? Irgendwas mit dem Signal. Irgendwas mit dem Signal. Finger rennt ja gar neben mir an. Na dann gehen wir mal da rauf. Warte auch, Moonstone Cluster. Ähm. Ähm. Ändert ihr so? Da gibt's ne Quest mit dem fetten X, der fuck. Geh wohl auch selber. Ey, da ist ne fette Lootkiste. Loot. Ja, sag mal, ein Snipergewehr. Oh, Moment. Die Gatling Gun Warrior. Na ja. Oh, jawoll! Ein Einzelshot, bitte. Warte mal, kann man die auch als Einzel betreiben? Ja, komm mal. Ja, die musst du aufmachen. Hast du 40? Mach, ja. Hehehehe, Gatling Gun. Can't afford. Hä? Mein Gott, die Kiste kostet 40 Moonstone zum Öffnen. Wieder? Hm? Gehen wir her. Ja? Ich hab 44. Oh, großartig, es ist bustet. Geh auf den Ruf, es sollte eine Mägenungskonsole da sein. Aktiviert. Kannst du es aufmachen? Er hat da gerade gedrückt. Ich nicht. Er hat gedrückt. Best Sachen macht die Kamera, Mensch. Also, will jemand da 40 Moonstone investieren? Ja, nein, vielleicht hab Angst. Oh, mit. Wenn du willst, dann tu es. Okay. Ja, schauen wir mal, was er bekommen hat. Oha. Oha. Oha, bist du nicht nimm. Schaut es euch zuerst an. Ah, ja, ich hätte eine Anfrage auf die Bowie Wheel Gun. Rechts oben. Ich hätte die gern. Die ist super für meinen Action Scale. Ja. Ihr könnt es ja. Ich meine deswegen alle nehmen. Ich brauche eigentlich keiner. Ich hab immer die Bowie mit mir. Die Bowie Gun. Ich danke dir, mein Sein. Nee, dann magst du die Feuer oder die Explosiv haben? Ja. Wobei die doch hier wohl die Feuer haben. Nimm dir die Feuer. Ja. Sein dir kennt sie alle. Du hast dich daran investiert. Ja, ich bin so sozial und überlasse euch auch noch was. Nimm mich. Nach vorne. So, wo ist denn eigentlich der Questmarker? Achso, der ist am Dach. Oh, das ist so. Nimm dir. 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 Boah. Boah. In Modus muss jetzt aufgehen. Boah. Ha, ha, ha. Aus geht's. Oh, der schießt schon wieder. Also was die Station noch macht, ist nicht gut. Ihr sagt ja. Sniper, push den Button. Sniper und Sniper. Sniper und Schotze. Sniper. Ich wollte den Schotze. Schotze? Schotze? Schotze. Börstfeuerweil zu. Lass es wieder in Frieden. Da 4-Serg. Schotze. 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 Destorier-Relace Destorier-Relace Dann werden wir mal die Relace Oh mein Gott, was ist das? Oder es redet mich leicht an eine gewisse Dead Space und oder Mass Effect Mission Ja Das ist ganz genau was du meinst Und an die ähm Bist du in der Backe holt ab Necromancer Jawoll Achso, das ist ja gar kein Gegner Das ist ja da sein Dank dir jedenfalls Entschuldigung, ich hab gedacht du weißt der Gegner Und sie haben gekehrt auf den Weg Gerne So Jetzt geht's losgucken Ich habe deaktiviert Ich habe deaktiviert Oh ja, wir haben Licht in Helios Wir haben Sicherheit Wir haben Sicherheit Wir haben schnell Wir haben schnell Rett? Belly? Wie schnell die ausflogen Oh mein Gott Ich finde es aber trotzdem cool, dass der Jack in dem Fall noch gut ist Ich finde es nicht, dass der spielbar ist Naja, du spürst halt seinen Doppelgänger ne? Ja gut Versuchst du den Rufezeichen zu kommen? Ja, das ist die Die ist aber generell auf der anderen Seite glaube ich Ich finde es auch auf der generell auf der anderen Seite glaube ich Sagen wir mal Sagen wir mal Ja und mir ist mal von Anfang an glaube ich auf die andere Seite fahren kann es sein So Beziehungsweise da unten Ah, da unten kommen wir vorbei Ah, wer nervt mich ins Kalb Deine Mutter Konntest du gut sein Deine Mutter hat es Kalb? Ja, normal Ah das Warum bin ich eng gefuhr? Weil ähm Reasons Weil Sniper Was gehts? Irgendwas schießt auf mich oder war das so wie der andere von eigentlich? Das war ich Ah So Ich behaupte jetzt einfach, dass wir da rüber kommen Wenn wir es Warum Kann man mal Ob das sich bewahrheitet Ja Ja, so kommen wir rüber Wie bist du da rausbekommen? Wie bist du da rausbekommen? Einfach spring Äh springer in doppelsprung halt Ah, ich bin schon mal gesprungen Also ihr holt mal jetzt das Rufzeichen Ja Ich habe eine Pristole mit euch verbraucht Mhm Ich hab auch noch über Schiff Schüssiges zeig wenn ihr irgendwer raus Oh, Peapod Der hat einen tollen Namen Ich hatte noch einen Drink Sorry My best mate in the whole wide world's gone messer And I could really use some help finding him I don't think it was a him Unless it was a her No, no, it was definitely a him I can't remember her name A jolly swag man Du scheiße Du scheiße Du scheiße Find the jury swag man Swag Also der normal schon heute ne Oh der hinterher Ah, da haben wir Da haben wir Piecher Wo 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 Sniper, Sniper Was ist das Was ist das, was du gegen die Sniper kopp hast Das ganze Kriegs kopp Was ist das, was du gegen die Sniper kopp hast Das ganze Kriegs kopp Oh, ich hab gleich Oh, ich hab gleich Oh, ich hab jetzt Oh, sie hat einen Echow. Vielleicht wird das uns mehr über die sorry tale erzählen. Was ist das? Oh, die Dinge, die ich gesehen habe. Ich habe mich auf den Weg nach Varagos' Solitude gesehen. Ich habe einen enormen, großen Billabong gesehen. Einen großen, feinen Billabong mit blöden, brennlichen Lichter. Was ist Billabong? Ich habe die Zulung von den Anzeln-Präernschen, rief aus den Däften. Ich kann es nicht, und ich sang, als ich meine Bille war. Dann, ich lebt den Jumbuck, ich ihn mit Glee, und ich ihn in meine Tuckabag. Aber dann, ich zurückgekommen, und ich bin, und ich bin, und ich bin, nicht weit von hier. Blastet Kragons attack mich. Go find it, Peapot. Dann wirst du wissen, dass ich die Wahrheit sprechen. Check your echo. Ich bin Plum Tuckered out. Ich denke, ich könnte jetzt sterben! Aha! Sounds like you got Moonstroke, poor Bagger. He didn't know what he was saying. Just wanderin' around for days, losin' his mind. I never heard of an empty Billabong and I definetly never heard of no Jamba. Sad way for him to go. Still loving me, Edring. Ich hoffe, sie wird über sie kommen. Ich weiß, wie das Taka-Beg ist. Dann schau mal um, sehen, ob sie ihn finden können. Ja. Okay. Einfach mal um. Oh, Ebolachan, verrückt. Na gut, Ebolachan holt er die Pizza. I-Trap, du bist so ineffizient. Oder vielleicht doch nicht. Wie, wie? Wie, wie mit so sexy Heiler, ehrlich? Ich auch nicht. Was bringt das eigentlich da mit Melee? Ja, Melee machst du mehr, du machst mehr Schaden mit Melee jetzt. Das ist super, dass sich diese Viecher verteilen, ne? Wie die Pizza. Ja. Ja. Die, da werden wir am Samen lagern. So. Ja. Wo loot? Da ein Loot, die nicht bleibt. Ich kann die Pizza schon drehen. Oh Gott. So, wir müssen da jetzt rauf. Dann stellen wir mich rein. Dann beende ich den Let's Play Teil. Und dann gehe ich daran alle an. Ja. Beziehungsweise. Wieder oben zum Sauerstoff. Dann holen wir jetzt die Pizza. Ja, wie willst du Pizza? Pizza! Hör auf. Ja. Gesundheit. Ah. 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 Hast du gegrissen? Ah. 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 Ja und Digger, zieh mal aus, es steht auf dem Hörstein da, PIZZA! Ja was hast du erwartet? Was anderes? Du hast nix erwartet, das ist das Problem. Ja, liebe Zuschauer, bis morgen, wir kommen jetzt. Servus! Mahlzeit!